Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute zu Europa Universalis 4. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid an diesem Dienstag. Ja, heute geht's weiter und der Krieg, der Kolonialkrieg, der echt nervig war, ist jetzt Gott sei Dank endlich mal rum und wir müssen uns ein bisschen überlegen, was wir als nächstes angehen wollen. Und eigentlich habe ich da jetzt erst mal zwei Ziele. Erstes Ziel wäre hier Verona erobern oder eins der Ziele. Oh, die haben Unabhängigkeit garantiert von Frankreich. Naja, gut, damit hat sich das schon erledigt. Ich habe gerade eben schon nachgeguckt und da habe ich es irgendwie völlig übersehen. Naja, also das lassen wir dann erst mal. Dann sagen wir mal, zweites Ziel wäre hier England angreifen. Die haben hier in der Karibik ein paar Inseln und sie haben hier unten in Afrika drei Gebiete. Genau, das heißt, wir könnten theoretisch uns darum mal kümmern. Weiß nicht, Friesland oder so. Da fragt man sich halt immer, ob sich das dann lohnt, der Stress wegen einzelner Provinz oder so. Aber ich würde doch sagen, wir könnten damit eigentlich dann anfangen, sobald hier die Kolonialnation da ist. Und diese Provinz, da gucke ich ja, dass ich keine Kernprovinz mache, weil wir hier fünf Stück haben. Ja, nee, dann würde ich sagen, drillen wir einfach mal fleißig unsere Leute. Warten ein bisschen. Achso, und hier wollte ich ja mal noch überlegen wegen dem Handelshaus, ob sich das jetzt lohnt oder nicht. Er würde den Handelswert erhöhen hier unten in Afrika. Den wir dann auch so ein bisschen zu uns hochschieben müssen, by the way. Da haben wir noch keinen, weder hier noch hier. Ah, Kamerun ist der Händler, äh, die Kolonie auch selbst erhalten. Jetzt gucke ich gerade, ich überlege gerade. Wir haben hier einen Händler, hier haben wir keinen. Wo haben wir denn noch Händler? Wir schöpfen mit einem hier ab. Wir schöpfen, wir profitieren, äh, wir, wir, dingsten, wir lassen hier weiterlaufen, lassen hier weiterlaufen, lassen hier weiterlaufen. Hier schöpfen wir glaube ich auch ab. Ach, wenn ich eine Ahnung hätte, vernünftig von diesem Handelssystem. Wie viel, 9,16 liefern wir da nach Genua, wie viel ist denn eigentlich überhaupt in diesem Handelszentrum drin? Eingänge 22, Ausgänge 19. Ja, keine Ahnung. Wisst ihr was, ich glaube wir werden hier jetzt einfach auch mal ein Handelshaus draus machen. Ich meine automatisch wird ja eh ein bisschen was rausgebracht oder nicht. Ja, in die Karibik, naja. Weiß ich nicht, ob das so super toll ist. Ähm, dann werden wir hier einfach mal dieses Handelshaus haben, dann machen. Dann haben wir hier auch keinen Stress mehr mit irgendwelchen komischen, ähm, wie heißt es noch gleich, mit irgendwelchen komischen Rebellen eigentlich. Oder irgendwelchen anderen Unruhen hier. Die sind dann damit eigentlich erledigt. Ähm. Ja, wir können jetzt hier Investitionen in Handelshäuser machen. Oder auch nicht, warum geht das nicht? Also wir müssen hier draufklicken und dann... Ging das nochmal. So, hier können wir nur ganz normal Gebäude bauen. Ah ja, hier drauf, gell. Ähm. Schon unser Handelshaus hier. Du, 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 du. Check ich gerade nicht. Ähm, gehe ich mal hier drauf bei Untertanen. Ich bin das nicht hier irgendwo. Genuesisch, Kolumbien, Ligurisch, Westafrika. Hä? Bin ich gerade ganz doof? Ich check's gerade wirklich nicht. Wo geht denn das nochmal? Sonst kenne ich doch... Ach, hier geht's genau. Wunderbar. Handelshäuser Investitionen würden hier dann auch machbar sein. Was haben wir denn hier so? Versorgungslimit, Versorgungslimit. Handelsgüter. Handelsgüter. Produktionseffizienz. Entwicklungskosten. Steuereinnahmen und Entwicklungskosten. Ähm, Handelsgüter. Plus können wir uns mal überlegen. Kann man die jetzt eigentlich auch hier rüber bauen? Nee. Schade eigentlich. Ähm, gibt's denn hier irgendwo ein Handelsgut in einer der Provinzen, das irgendwie cool ist? Sklaven. Aktueller Preis 3, 4. Ich glaube, 4 ist ganz gut, oder? Wenn ich hier mal so durchguck. Ja. Gegensatz zu Fisch und so. Vielleicht bauen wir dann hier einfach mal in der Provinz. Das geht im Territorium insgesamt einfach. Wie es aussieht. Ähm. Bauen wir doch hier einfach mal so eine Handelshäuser Investitionen. Wird dann vermutlich für das ganze Gebiet. Leute, da ist ein Krokodil. Süß. Hm, Kroko. So. Ähm, naja. Wir machen mal weiter. Und wir brauchen hier einen neuen Berater. Fällt mir auf. Aber wir haben kein Geld. Ähm. Handelseffizienz. Den nehmen wir auf jeden Fall. Die zurückgelassenen Familien. Was haben wir? Der jüngste Krieg forderte einen hohen Tribut von unserem Volk. Viele wurden zu den Waffen gerufen. Wenige sind zurückgekehrt. Sowohl Adlige als auch einfache Familien plagten sich, als sie auf die Heimkehrenden Zudaten warteten. Der Krieg endete jedoch und sie kamen nicht. Nun setzt sich die Quellerei fort. Viele sind so beschäftigt mit der Arbeit, die sie anstatt der fehlenden Arbeitsgerichte verrichten müssen, dass sie kaum Zeit auf Zutrauer haben. Unter denen, die Zeit zum Nachdenken haben, beginnen viele zu glauben, dass wir die Leben zu achtlos weggeworfen haben. Wir können die Steuerlast. Lass sie uns etwas nachsichtiger sein. Oder Unruhe. Wie ist unser Herrscher so drauf? Nochmal in dem Bereich. Gierig. Unternehmer. Eroberer. Ich würde sagen, das ist der Preis, den unsere ruhmreiche Nation hier eben zahlen muss. Und dann würde ich gerne den Handelseffizienz-Typ hier nehmen. Und dann ist auch schon gut. Wunderbar. Wie viel Geld machen wir gerade? 42. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich möchte hier auf jeden Fall noch auf Stufe 24 jetzt zügig kommen. Das wäre ganz gut. Ideenmäßig haben wir hier noch ein bisschen Entdeckerideen vor uns. Müssen wir natürlich auch angehen. Achso, ich kann eigentlich. Fällt mir gerade mal ein. Hier hinten. Ich meine, Ansprüche für hier brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben ja mittlerweile hier Imperialismus und so. Am Start. Ich würde eher sagen, wir rekrutieren in Europa mal nochmal 15 Einheiten. Wir können gerade wieder ein bisschen was rekrutieren. Nehme ich mal 3, 4, 5. Die können auch nacheinander rekrutiert werden. So dringend ist das nicht. 5 von denen. Und dann machen wir mal. Oder 8. 8. Dann nehmen wir noch. Ne, eine Einheit weniger. Sieben. Dann nehme ich 3, 4, 5 von denen. Und 1, 2, 3. Ist das noch eine Einheit? Kavallerie oder wie machen wir das? Ich würde sagen, wir nehmen noch eine Kavallerie ein. Ui. So viel zum Thema. Irgendwelche anderen Ideen hier. Wobei, ich meine, gegen England könnten wir das auch nebenher machen. Im Normalfall. Genoesische Partikularisten. 20.000 Mann. Wo? Sui. Ah. Vermutlich da unten. In Afrika hier. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Polen, Litauen. Unser Verbündeter. Boah, Schweden ist ja auch groß geworden da oben. Fällt mir so auf. Schweden, unser Verbündeter. Niederlande hat hier erobert. Okay. Greift. Ja. Den Osmanen an. Ich würde ganz gerne davor, bevor wir das annehmen, mal hier nochmal drauf gehen. Oh, wir haben ja nur 1.000 Mann Rekrutenreserve. Fällt mir gerade so auf. Das ist natürlich nicht so cool. Und hier drauf. Und dann würde ich gerne mal einfach das hier so als wichtig markieren für uns. Ähm, so. Einfach mal ganz wild. Für den Fall der Fälle. Dass wir irgendwie. Ähm, das vielleicht doch bekommen. Ja. Also, falls wir doch mal noch einen Krieg gegen Venedig führen hier oben. Dann würde ich natürlich auch gerne Kreta und Zypern mir holen. Einfach aus Prinzip. Ähm, die Flotte muss jetzt definitiv nach Hause geschickt werden. Wo sind eigentlich unsere 103 Schiffe? Die sind hier drüben. Ähm, dann würde ich sagen, treten wir dem Krieg auf jeden Fall mal bei. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, wie viel wir hier eigentlich Anteile haben können. Wir transportieren die Truppen mal rüber. Die brauchen wir jetzt da. Und dann bin ich mal gespannt, wo das hier läuft. Ich hoffe, die Polen und Litauer haben sich hier nicht übernommen. Ist es nur Polen, Litauen und wir, oder was? Oje. Das kann ja was geben. Achso, ah, Moment mal. Schind. Hier, interessante Provinzen. Ja, die habe ich als interessant markiert. Vielleicht gibt es ja wenigstens die da oben. Ja, wäre ja eigentlich schon cool, wenn die Schweden da auch dabei wären, gell? Muss ich einfach mal so sagen, wie es ist. Aber sind sie nicht. Wir haben halt echt das Problem, dass wir so wenig Manpower gerade haben. Hm. Ähm, hier können wir wieder was kaufen. Schauen wir hier mal kurz rein. Autonomie abklingt Zeit. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Machen wir das. Minus 50%. Dann kann man schneller theoretisch auch manuell die Autonomie senken. Ja, machen wir das. Ähm. Hier können wir einen Start machen. Das hört sich eigentlich auch gut an. Dann hauen wir hier die zwei Provinzen durch. Auch viel Unruhe hier. Naja, ich hoffe, das klappt trotzdem. Das wollen wir ja nicht machen. Ah, das Zeitalter endet jetzt eh bald. Okay. Äh, die Idee will ich auch noch nicht machen. Wo haben wir denn mögliche Konvertierung? 12,24. Das ist mir gerade zu teuer. Äh, hier in Ancona. Ähm, by the way, Rubino wäre natürlich auch mal noch ein Ziel für einen schnellen Angriff. Dass wir die auch noch erobern. Ja, haben wir die noch? Ich weiß gar nicht. Habe ich die in die UNAP-Härigkeit entlassen? Oder haben wir, wurden die einfach rebellisch oder so? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr gerade. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Wie sieht es denn hier aus? Also, der Gegner hat auf jeden Fall mehr Truppen als wir. Ja, wobei, kann man so nicht sagen. Infanterie haben so ein bisschen mehr. Ähm. Wo ist jetzt die Rebellion? Shit. Pff. Ah, hier ist die Rebellion. Dann greift er mal an. Wir müssen die Armee oder die Armee auf jeden Fall auch noch abziehen. Eine von beiden. Warum wird das hier eigentlich jetzt nicht zur... Ah, ne, das wird noch gemacht hier. Zur Kernprovinz. Naja. Wir brauchen auf jeden Fall hier mal einen vernünftigen General. Den haben wir jetzt auch. Und die holen ja... Ach, wir haben jetzt hier Militärzugang. Ist ja auch chillig. Wir kommen, weil wahrscheinlich die Feinde hier Militärzugang verlangt haben. Und dann greifen wir hier natürlich die Hochebenen an. Die Festung. Das nutzen wir natürlich, wenn er hier angreift. Kann nicht mal belagern. Hat hier zu wenig Männer. Auch gut. Barlinsangebot aus Kaffa. Ja, ne. Tschüss. Was für Kaffa? Fällt mir gerade ein. Was? Hä? Wo ist denn Kaffa, bitte? Ist doch eigentlich hier auf der Krim. Und gehört uns. Wo sind die? Ach. Okay. Ja. Never mind. Ich habe gerade eben gedacht. Heißt da unten einfach auch eine Fraktion Kaffa. Ui. Das ist nicht so entspannt hier. Seht ihr das hier? 76.000. Wir müssen mal den General reinnehmen. Und brauchen definitiv die Truppen hier so schnell wie möglich hier jetzt auch drin. Oh, 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 oh. Da kommen nochmal 24.000. Das wird wohl nichts hier. Ne, das wird nichts. Da ziehe ich mich doch gleich wieder zurück. Mal bis hier rüber. Sollen sie das da erobern? Ist mir egal erstmal. Solange sie hier so viele Truppen bei uns haben, werden sie schon diese Dings nicht hinkriegen. Werden sie die schon nicht beim Polen Litauer haben. So, wir schicken die Armee jetzt auf jeden Fall mal hierher. So, ich habe zu viele militärische Anführer. Ja, dann nehme ich den hier mal weg. Aber das tat mir jetzt echt weh. Und dann machen wir hier mal den Verteidigungserlass rein, würde ich sagen. Hier. Okay. Und dann, das wollte ich auch noch prüfen. Nämlich Staatserlasse. Wir haben hier diesen militärischen Erlass überall drinnen. Ja, arg viel mehr haben wir gar nicht zur Verfügung. Das ist schon ein bisschen blöd. Ach man, ich klicke immer noch die ganze Zeit da drauf. Will ich doch gar nicht. Wir machen hier auf jeden Fall mal die diplomatische Technologie. Achipel-Fregatte. Eine besondere Ausführung der Fregatte, die ursprünglich für den Einsatz im Baltikum vorgesehen war. Sie behielt die Breitseite einer Fregatte, hatte jedoch einen geringen Tiefgang und ein niedriges Ruder, wodurch sie in flachen Gewässern viel wendiger war. Jedoch auf Kosten der Seetüchtigkeit auf hoher See. Theoretisch Archipel-Fregatte möglich, Handelseffizienz erhöht sich, große Schiffswerft baubar. Ich würde sagen, wir haben gerade erstmal andere Dinge zu tun, nämlich Osmanen klatschen. So, das sind hier ungefähr 30.000, sagen wir mal, 40.000, 45.000, 50.000, 64.000 Mann. Ach, hier sind nochmal welche. 64.000, 89.000, oder? Ja, 89.000 Mann. Gut, der wird hier auch noch ein bisschen was haben, aber das Meiste konzentriert sich natürlich mal wieder auf den Spieler. Surprise, surprise. So, wir machen weiter. Wir brauchen auf jeden Fall die Truppen hier drüben. Vielleicht brauchen wir die hier auch noch, aber jetzt holen wir erstmal die ersten da ab. Ah, Moment mal, was ist denn hier los? Alles nicht unsere Kolonialnation, ich habe gerade Hoffnungen gehabt. Aber die hat irgendwie keinen Bock auf Ansprüche machen. Check ich auch nicht so ganz. Oder kann ich ihr das hier irgendwie auch nochmal ein bisschen näher sagen? Embargo, Gebietsansprüche, Herrscher beschwichtigen, Kolonialkrieg ausrufen. Geht auch nicht so richtig. Die komischen Afrika-Kriege von England sind mir relativ egal. Ja, zur Not können wir auch noch die Truppen hier oben holen. Wie lange braucht die Fäsche noch? Minus sieben Prozent. Äh, ist das, oder ist das jetzt schon der erste Teil von der Armee hier? Ne, ist das nicht. Da kommt der erste Teil. Hm. Boah. Schon wieder keine Manpower mehr. Können wir es uns leisten, hier mal Truppen zu holen? 27.000 Mann. Adel haben wir keinen, wegen unserem Rat hier, unserem Parlament. Ich würde fast sagen, ja, wobei diese 80 Prozent sind schon geil, wenn wir die mal erreichen würden. Reduziert den von der Reserve erlittenden Moralschaden um 50 Prozent, ist schon richtig geil. Aber uns bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig. Ich muss hier jetzt Truppen holen. Naja, es tut weh, aber ist so. Damit können wir wenigstens mal eine Weile unsere Leute wieder auffüllen. Gleich ist natürlich auch die Frage, ob es jetzt so sinnvoll war, hier diese Armee noch zu rekrutieren, diese Truppen hier oben. Aber ich würde sagen, ja. Ah, der hat es uns sogar übertragen hier. Sehr cool. Vielleicht kriegen wir hier was. Die Frage, will ich eigentlich das hier haben? Eher weniger, oder gibt es da irgendwie ein Handelszentrum oder so? Hat der Pole das hier als wichtig markiert? Ne, hat er nicht. Ah, ups. Hallo, Polen? Ja, doch, hat er. Deswegen gibt er uns das hier nicht. Und das ist eigentlich die einzige Region, die mich interessiert. Das frage ich gar nicht unbedingt. Krimmisch in Ordnung. Das hier. Assov hätte ich halt gerne wieder. Das war ja mal unsere Provinz. Also auch nicht so recht. Aber wisst ihr, was wir mal machen können? Spaßes halber. Das hier. Einfach aus Prinzip. Vielleicht müssen wir Polen-Litau nochmal gucken, ob die in einem Krieg gegen Venedig und Frankreich dabei wären, im Zweifel. So, jetzt sind die ersten Truppen sind hier. Aber ich würde gerne wirklich die kompletten Soldaten abwarten, bevor wir hier irgendwo angreifen. Was ist das jetzt schon wieder? Ach, hier oben. Töte die mal kurz. Ich brauche jetzt einfach noch ein General, auch wenn wir über ein Befehlshaber-Limit sind, aber so ist es halt jetzt. Ah, hier haben wir drei Schiffe abgefangen von den Osmanen, auch cool. Hier sind übrigens die portugiesischen Truppen, im Zweifel. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, wir werden noch diese Truppen hier runterholen. Die schicken wir rüber. Und dann versuche ich vielleicht mit den Soldaten hier mal noch den Krieg gegen England zu führen oder so. Mal schauen. Nehmen her so. Anleihen und Tontinen haben wir freigeschalten. Die Kosten für die Instandhaltung der Armee, der Marine und für die Verwaltung selbst machen den Großteil der Ausgaben eines Staates aus. Nennt sich auch Bürokratie. Während diese Ausgaben schnell aus dem Ufer laufen können, ja, auch das kann Bürokratie, können Steuern und Abgaben frustrierende und unflexible Methoden sein. Das bedeutet, Kapital zu beschaffen. Da die Staatsschulden lange keine Seltenheit mehr sind, müssen wir mit besseren Plänen zur Kapitalbeschaffung aufwarten. Anleihen, Tontinen und ähnliche Pläne können sowohl im Inland als auch im Ausland genutzt werden, um unvorhersehbare Ausgaben zu finanzieren. Hierdurch können wir das Geld, das wir zur Entwicklung unseres Landes haben, besser verwenden. Wunderbar. Frankreich setzt, ich bin der Staat in. Okay. Auch schön für die Franzosen. Sagen Sie mich nicht angreifen gerade. Das wäre nämlich ganz ungut. Rebellen sind besiegt. Ja. Dann braucht es unsere Flotte noch. Wo sind sie? Hier oben. Perfekt. Bulgarien haben wir die Beziehung verbessert. Ja. Also wenn wir mal wieder einen Krieg gegen Portugal führen, möchte ich den direkt führen und nicht irgendwie gegen Spanien und dann das meiste von Portugal erobern oder so. Weil das ist ein bisschen nervig. Lieber mache ich den Krieg gegen Portugal und schmeiße Spanien relativ zügig raus, als andersrum noch den Spanier drin halten zu müssen, weil er Hauptgegner ist quasi. Ähm, ich würde gerne mal hier vorrücken. So. Das muss jetzt reichen. Jetzt sehen wir, wir holen noch die Truppen hier ab. Oh, der hat das wieder zurückerobert. Schon traurig. Ich würde sagen, wir machen auch immer einen Verteidigungserlass rein. So. Oh, der zieht ab, wie es aussieht. Naja gut, der hat die Fäschung belagert. Oh, das ist unsere Flotte. Die sollten wir mal hier wegbringen. Ganz dringend. So, hier die Tunesien haben wir besiegt. Jetzt lasse ich kurz die Flotte hier reparieren. Ui, wer ist jetzt hier schneller? Ah, die sind schneller. Naja, okay. Zu spät. Das wird nicht mal ein Stackwipe. Das ist schon traurig. Naja. Wir marschieren jetzt auf jeden Fall mal hier rüber. Nicht mit allen Truppen natürlich auf die Fäschung. Wer ist denn der bessere? Belagung 2. Lagerung 1. Dann schicken wir den einfach hier hin. Dann bleib hier stehen. So, wir kriegen hier keinen Verschleiß auf der Provinz, weil sie unsere ist. Die wir einfach nur zurückerobern müssen. Das ist sehr gut. Wo haben wir jetzt hier Probleme? Nationalisten. Päpstliche Nationalisten. Das machen wir mal. Ich kann nur ein bisschen Militärmacht. Und da haben wir gerade eh relativ viel. Großbritannien ist die Großmacht. Schön für die. Ah, da unten haben wir die Tunesier wieder. Dann ziehe ich jetzt mal mit der Armee da runter. Da sind noch 10.000, 11.000 Mann fast. Mit relativ schlechter Moral aktuell. Das heißt, die könnten wir eigentlich ganz gut platt machen. Das ist ungut hier. Würde ich sagen. So viel dazu. Dann brauchen wir jetzt hier drüben erst mal diese Truppen hier. Sagen wir schiffen die mal hier rüber. Blöde Nationalisten. 10 Armeetraditionen oder und dafür Armeeprofessionalität. Ich glaube wir machen das hier. Passt auch zu unserem Herrscher noch ganz gut. Kononialwachstum brauchen wir eigentlich keins mehr. Oh, Beitrag ja bittend. 10.000. 2000 können wir uns da mal holen. Falls wir es mal brauchen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann ziehe ich mal mit denen hier runter. Wo sind die jetzt hin? Die Tunesier? Ah, da sind sie. Ah, hier haben wir Verschleiß im Übrigen. Wie läuft es bei den... Naja, blöde Nationalisten. Wie läuft es bei Polen und Litauen so? Einigermaßen vernünftig würde ich sagen. Oh, die haben wir gestackwiped. Nice. Ist die Frage, interessiert uns eigentlich hier? Irgendwas von denen. Weil dann würde ich die vielleicht auch noch als wichtiges Gebiet markieren. Würde sagen, eigentlich... Spricht nichts dagegen. Welche Region ist denn das hier? Das ist eine Region. Das ist die nächste Region. Ja... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eigentlich gegen Tripolis. Spricht nichts. Gegen Tripolis. Und gegen... Sagen wir markieren diese Gebiete mal als wichtig im Zweifel. Das dahinter ist mir ja egal. Ja, diese komischen Wüstenprovinzen. Aber ich meine hier diese Handelsgebiete wäre jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, Genuesisch-West-Indien. Ist jetzt unsere neue Kolonialnation vermutlich, ja. Ist das jetzt alles von denen, oder? Ja, aber die brauchen natürlich trotzdem Hilfe hier. Ah, das gehört auch noch uns hier. Weil wir das nicht zu einer Kernprovinz gemacht haben, oder was? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier das Problem ist. Auf jeden Fall können wir hier einiges an Belagerung abspalten. Ich weiß nicht, können wir eigentlich hier auch gleich hin? Ne, weil er da mit seiner Flotte das zustellt. Ist die Frage, ob wir das mit unserer... Ne, da kommen osmanische Schiffe. Was macht der denn hier? Ist der doof? Geh, dann geh halt dabei sterben. Wenn du meinst, dass das eine kluge Idee ist. Naja, okay. Also, wir machen einen kleinen Cut. Die Provinz erobern war ja zügig. Dann haben wir hier hoffentlich keinen Verschleiß mehr. Ja, doch noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Vielleicht teile ich die auch gleich einfach nochmal auf. So, und dann hoffe ich, dass wir dieses Gebiet hier schnell zurückerobern und im Zweifel hier ein bisschen Stress machen. Die Rebellen besiegen. Und ja, dann vielleicht doch hier einen Krieg gegen... Ah, die blöden Portugiesen führen jetzt hier schon einen Krieg gegen England. Und ja, zu Neofick, dass es kracht. Ah, schade. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Ja, schauen wir mal. Kolonialnationen ausbauen wäre natürlich auch noch so eine Sache mit ein bisschen Geld. Ganz klar. Schauen wir mal im nächsten Part, wie es weitergeht. Auch der Krieg hier natürlich. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Leute. !" ... ... ... ...